Moin Leute was geht und herzlich willkommen zum neuen Stadion Vlog. Heute Ausdrowing gegen Sturm Graz. Ja das Spiel ist schon wirklich sehr lange ausverkauft, könnt ihr hier direkt sehen. Ich glaube schon drei Wochen vor Beginn und es wird eine fette Choreo geben, also da bin ich auch schon wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, dass es wie bei den 4 zu 2 wird, vorherige Saison und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Stadion Vlog. Hier sind die Seiten. Hier kommt Unse aus Erwini. Doppel. Das war's, das war's, das war's. und den Spieler Jonas Lorenzo Stankovic. Auf der Fett, Malke, herzlichen Glückwunsch, Top-Spieler, unsere Fallskäfte, hier ist die Gast und alle gemeinsam zum Baustach. Hier kommt die Mannschaftszeitstellung, unserer Austria-Wie! Die Mannschaftszeitung, mit unserer Nummer 1, Kies! Mit unserer Nummer 3, Lukas! Und der Nummer 1, Fucci! Mit unserer Nummer 7, Archi! Und der Kapitel, Nummer 20, Lukas! Kies! Mit unserer Nummer 3, Archi! Kies! 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 Gebt ihr alles für uns in der Umständen fahren und alles für uns in Australien! Gebt ihr auf! 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 Gebt ihr Das war's. Jaaas! 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 I missed him! Schuss, Schuss! Oh, hey, da! Das war's für heute. Man geht's in den unveränderten Strukt aus der Kabine, die war bei der zweiten Spielhälfte. Zum einen ist er, dass er aus unsere Folge weitergeht mit der Startformation, mit der Starten, Ampels. Und weiter geht's mit der Zeit für Stille, ich bin weitergegen, ich bin Spaß, gut, 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 ein faires Spiel. Und wir haben sicher, dass wir hier Samargent Isso stellen können und dann gut gehalten, dass wir uns die Situation geschultäupfer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 4m So, ich bin jetzt wieder zurück vom Match. Das ist eigentlich schon das einzige coole war die Choreografie, weil es halt wirklich eine schöne und coole Choreografie war. Ich war noch nie in einer Choreografie drinnen und ja, erste Hälfte ging noch, da war dreimal das Tor nicht treffen. Ist ja schon ein bisschen schade und zweite Hälfte muss man nicht darüber reden. Ich hoffe trotzdem, dass der Stadionvlog gut war. Die Fahne haben wir auch gratis dazu bekommen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Ciao. Bis zum nächsten Mal.